Für alle, die ich nicht kenne, falls es irgendjemand da draußen gibt, in drei Sätzen, kannst du dich kurz beschreiben? Brüste, Brüste, Brüste. Wir haben ein kleines Spielchen vorbereitet. Es sind Google Searches über dich. Was hat Michaela Schäfer im Gesicht? Hey Leute, wir sind jetzt in der Booth. Freitag ist Disstrack-Tag, ihr wisst Bescheid. Unser Feature ist natürlich Michaela Schäfer und wir dissen? Natürlich Klamotten, weil wer braucht Klamotten, ganz ehrlich? Ach, wir machen sie jetzt. So wie Gott uns schuf ist besser. Ah, Klamotten. Auf geht's. Geil. Yeah, hier ist die Bördenwechs zusammen mit der one and only Michaela Schäfer. Absolut hot exclusive, ey. Bra, bra, bra. Scheiß auf die Klamotten. Nackt, nackt. Die sind zu schwer. Nackt, nackt. Michaela kommt. Nackt, nackt. Intim, intim. Nackt, nackt. Scheiß auf die Klamotten. Nackt, nackt. Die sind zu schwer. Nackt, nackt. Nackt, nackt. Nackt, nackt. Nackt, nackt. Ey, Klamotten sind schmutzvoll, das Status-Symbol mit für sich niemand wohl, von Tibet bis Tirol, yeah. Einfach Penis und Pristell-Gefängnisse bringen pure Kids in Bedrängnis, bäh. Beste Zeit im Paradies für Adem und Eva. Ohne Balenciaga, jetzt ist Michaela da, wow. Sag es einfach. Miggide, Miggide, Ella, yeah. Wir haben die Tits am Start. Klamotten viel zu warm, das bedeutet Schwitz-BH. Ohne Klamotten fühl ich mich der Natur so nah. Anstrengend jeden Tag gucken, was ich anziehen soll, naja. Ja, nackt sein macht Sinn, auch wenn ich jeden Tag im Radio und im Fernsehen bin. In jedem Club, in jeder Stadt, nach Mitternacht. Wenn Michaela kommt, dann tanzt jeder nackt, wow. Nackt, nackt. Scheiß auf die Klamotten. Nackt, nackt. Die sind zu schwer. Nackt, nackt. Michaela kommt. Nackt, nackt. Intim, intim. Nackt, nackt. Scheiß auf die Klamotten. Intim, intim, intim. Das wird ein Banger. Ich mach das täglich, ich zieh mich täglich aus, ich zieh täglich in der Booth, mach Raps und hab immer ein paar Girls am Start. Ja, das ist ein Scheiß, was das ist. Habt ihr bestimmt einen Wunsch, wie ich dieses Foto mache? Also, ich mach es mal. Michaela sagt uns gleich, was wir machen müssen. Also, das sieht ihr euch jetzt wirklich aus? Ja, oder? Das war doch jetzt der... Ich wollte... Ich kenn sowas. Könnt ihr bitte die Handys wegmachen, wenn wir uns hier ausziehen? Ja. Also, der Mann in die Mitte, ne? Ja, klar. Die überfordert... Ich hab nicht wirklich Wunder. Sie sind ja richtige Nudisten. Wie sie jetzt alle da stehen. Michaela. Body Positivity. Ist das euer Ernst eigentlich? Ich weiß doch grad gar nicht, wie ich mich verhalten soll. Tobi. Lass uns mal ein Angezogenes, so zum Vergleich. Ach so, ja. Entschuldigung. Die Situation ist so surreal. So, dann verabschiede ich mich schon mal von euch, ja? Halter Händler. Ja, ich auch. Also, es hat super viel Spaß gemacht. Leute, was war das für ein hotter Morgen? Krass, Michaela Schäfer war da. Wir haben einen Distray aufgenommen, wir haben geballert, was das Zeug hat. Wir waren relativ nackt, also eigentlich sogar ganz nackt zwischendurch. Wir waren schon nackter als sonst, das war toll. Das war fantastisch. Danke, dass ihr angeschaut habt. Wann sollen wir das nächste Mal nackt sein? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ja, sie haben hier. Ja, sie haben hier auch aufgenommen. Bye.